Hallo meine Damen und Herren, heute ist das Match. Messi. Der Ball kommt hoch rein. Sicher angenommen. Wer steht da frei? Souverän geklärt, wichtiger Ballgewinn. Ob da noch was geht? Jetzt im 16-Meter-Raum. Iniesta. Leather am Außenverteidiger. Vorbeigespielt. Da haut er den Ball weg. Gute Stellung spielt der Abwehr. Einwurf jetzt. Messi. Der erste Treffer in dieser Partie. Und der Sitz, das ist die Führung. Erklärt die Situation. Da fehlte so ein bisschen die Ordnung. Keine Anspielmöglichkeit im 16-Meter-Raum. Souverän verteidigt. Messi. Jetzt wird's gefährlich. Gut geklärt. Xavi. Nun können sie sich etwas zurücklehnen. Eine Zwei-Tore-Führung ist zweifelsohne ein gutes Polster. Und da kommt der Ball hoch rein. Was für ein kraftvoller Abschluss. Kein guter Ball. Der wird locker abgefangen. 30 Minuten der ersten Hälfte sind gespielt. Schöner Doppelpass. Rovinja. Der war abgefälscht. Prima herein geflankt. Sie haben den Ball zurück. Verhalten. Einer geht zu Boden, aber kein... Herrlich in die Gasse gespielt. Sie greifen nochmal an. Und er haut das Ding vor. Rovinja. Bojan Kierkic. Ja, sie kombinieren. Schönes Doppelpass-Spiel. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Pause. Der zweite Abschluss. Beide Trainer also mit jeweils einer Einwechsel. Schöner Ball auf den Flügel. Guter Ab. Hoher Ball. Gute Gelegenheit, den Vorsprung noch auszubauen. Er macht's direkt. Der... Souverän den Ball erobert. Sie bauen nochmal auf. Er spielt den Ball erstmal weg. Schon läuft der Gegenangriff. Via. Der hätte richtig teuer werden können, aber... Der hätte richtig teuer werden können, aber... Via. Exzellentes Zweikampfverhalten. Durch die Abwehr. Da geht noch mehr. Die Abwehr hat Probleme. Rovinja. Plötzlich geht das Spiel in eine andere Richtung. Gute Einschussposition. Geschickt, geschickt, geschickt verteidigt. Die Abwehr muss jetzt die Ordnung bewahren. Messi. Jetzt könnte er flanken. Robinho. Im Strafraum sind mehr als genug Leute. Wichtiger Zweikampf, den er da gewonnen hat. Das könnte was werden. Abseitsposition angezeigt vom Assistenten. Abseitsposition angezeigt vom Assistenten. ... Untertitelung des ZDF, 2020